Noch zu den jungen Eisenbahnmuseen zählt das alte BW Weimar. Eine stolze Sammlung lupt aus den Schuppenständen. Im Wiederaufbau befindet sich E1824, die einst bei der Bundesbahn im Diensten stand. Auch ein Krokodil gehört zur Sammlung. E940106 rollte im August 1990 als letzter Altbau-Lok der damals nach getrennten Bahnverwaltungen aufs Abstellgleis. Auch die Dessauer E44044 ist mit von der Partie. Sie muss die Ausstellung in Weimar verlassen, denn ein Sonderzug steht noch auf dem Tagesplan. Vorsichtig wird die markante E-Lok rangiert. Die Dessauer E-Lok Die Dessauer E-Lok Die Dessauer E-Lok Im besten Licht verlässt E44044 das alte BW Weimar. Auch eine E04 gehört zur historischen E-Log-Sammlung in Weimar. Ab 1932 kamen die leichten Schnellzugmaschinen zur DRG. Eingesetzt auf mitteldeutschen Strecken lösten sie die leistungsfähigeren E17 ab, die nach Süddeutschland abgezogen wurden. Bis 1935 baute die AEG insgesamt 23 E04. Den Krieg überstanden 20 Maschinen, 14 in der Ostzone und 6 in den Westzonen. Erhalten ist auch E0401, die heute als betriebsfähige Museumsmaschine unterwegs ist. Mit einem historischen Sonderzug verlässt sie den Berliner Bahnhof Charlottenburg. Nahezu vier Jahrzehnte trägte die Baureihe E04 den Schnellzugdienst der Direktionen Magdeburg und Halle. Im EDV Nummernschema der Reichsbahn wurde sie ab 1970 als Baureihe 204 bezeichnet. 1977 rollte die letzte DR-Maschine aufs Abstellgleis. E0401 wurde die erste betriebsfähige elektrische Lokomotive des Verkehrsmuseums Dresden. Heute gehört sie zum aktiven Bestand des DB Museums in Nürnberg. Ein Nostalgiezug in historischer Umgebung. Die Elbbrücke in Dresden. Die E04 avancierten 1933 zu einer richtigen Schnellzuglok. Bei Versuchsfahrten erreichte E0409 die damalige Rekordgeschwindigkeit von über 151 km. Eine Anhebung der Höchstgeschwindigkeit von 110 auf 130 km pro Stunde war die Folge. Bei der Bundesbahn erfolgte 1968 die Umzeichnung in die Baureihe 104, die allerdings wegen der geringen Stückzahl von nur sechs Maschinen als Splittergattung galt. Trotzdem hielten sich die E-Loks bis 1981 im aktiven Dienst. 104 018 schied als letzte beim BW Osnabrück aus. Schon Ende der 60er Jahre vertrieb es die E04 aus Süddeutschland in nördliche Gefilde. Meist war es der untergeordnete Personenzugdienst, der die letzten Betriebsjahre der stolzen Schnellzugloks bestimmte. Untertitelung des ZDF, 2020